Nur wenn wir unseren inneren Halt bei unserer Seele haben, können wir überhaupt wirklich aufwachen. Weil aufwachen, das bedeutet ja, dass wir unser Weltbild ändern müssen. Und wenn aber unser innerer Halt in einem Weltbild ist, dann werden wir das nicht ändern. Weil wir brauchen ja einen inneren Halt. Und wenn jemand seinen inneren Halt in einer Vorstellung hat, dann wird er, auch wenn das nur unbewusst ist, dafür schauen, dass diese Vorstellung sich nicht verändert. Wenn wir aber unseren inneren Halt bei uns selbst als Seele haben, können wir einfacher unsere Vorstellungen ändern. Weil unser innerer Halt, der ist dann ja nicht dort. Und auch in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, und so die nächsten Monate, die so kommen, da ist es ja auch einfacher, wenn unser innerer Halt bei uns selbst ist. Weil viele Dinge, die wir vorher in diesem System, in dem wir leben, gekannt haben, die fallen ja jetzt so langsam zusammen. Oder werden so seltsam wie dieses Geräusch. Und also die Erde ist ja in einer Veränderung. Und das hat auch eine Wirkung auf die Menschen. Und unsere Gesellschaft, die muss sich ja auch irgendwann verändern. Weil ja so viele Dinge einfach in eine ganz seltsame Richtung gehen. Und das aber diese ganzen Systeme, in denen wir leben, dass die zusammenbrechen. Und das ganze Haus, was daraus entstehen soll, das ist ja von den unglächten Kräften gewollt. Also das ist ja kein Zufall, dass das passiert. Das ist nicht, weil gewisse Leute einfach wenig Intelligenz haben, sondern das wird ja bewusst so gemacht, eben damit alles teurer wird und dass einfach nicht mehr, ja, dass die Dinge halt dann nicht mehr funktionieren. Das ist ja bewusst gewollt. Weil die Menschen, die das wollen, die haben ja die Vorstellung, dass sie die Veränderung, die die Erde macht, für sich selbst nutzen können. Und für sich selbst und ihre seltsamen Pläne. Und der einzige Grund, warum diese Menschen und diese Wesen das überhaupt tun können, das sind ja die Menschen. Es geht ja nur um die Menschen, auch wenn es ganz verschiedene Einflüsse gibt. Aber die Menschen entscheiden ja, wie ihre Zukunft wird. Und je nachdem, was die Menschen annehmen und wo sie mitmachen und was sie erlauben, je nachdem, sind ja auch andere Dinge möglich. Es ist also egal, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte die ihre Vorstellungen da schon haben, es hängt ja von den Menschen ab. Weil die Menschen, die haben eine Schöpferkraft. Und je nachdem, wie die Menschen halt ihre Schöpferkraft nutzen, sind dann andere Dinge möglich. Und es ist halt ein bisschen seltsam, weil die meisten Leute, die hier auf der Erde gerade leben, glauben, die glauben ja eigentlich gar nichts von dem, was ich hier erzähle. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, weil die Menschen das ja nicht glauben, darum machen sie sich darüber ja dann keine Gedanken. Es muss ja einen Übergang geben, aber einen guten, einen, der uns in die Freiheit bringt und nicht in die ganze Überwachung und die ganzen Dinge. Und wenn wir diese Freiheit wollen, natürlich haben wir auch Hilfe und es können ja auch immer Wunder geschehen. und trotzdem haben ja wir als Menschen einfach gewisse Dinge, die wir machen müssen. Einfach weil es uns gibt, weil wir hier leben und weil es ja um uns geht. viele Menschen, die hoffen ja, ja, dass jemand kommt, der das alles irgendwie löst und es dann besser ist. Und natürlich haben wir Hilfe, aber wenn wir das alles jemandem rüberschieben, komplett egal, wer oder was das ist, dann geben wir ja den Teil der Verantwortung ab, den wir bei uns selbst haben. Weil jeder von uns hat eine Verantwortung, die ihm gehört und die sollte man zumindest nicht sonst irgendwo hinschieben. alles cái the